Moin moin, lieber Senior, liebe Senorita und lieber Fabrikbesitzer, ich bin der Sehne und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Denn heute möchte ich dir eine kleine Minimod vorstellen. Was ist eine Minimod? Naja, das sind Mods, wo sich ein eigenes Video eigentlich nicht wirklich lohnen würde, weil man innerhalb von ein paar wenigen Sekunden alles erzählt hat, was es sich zu erzählen lohnt. Und genau so eine Mod habe ich heute für dich parat. Warum das Ganze und warum werden in den nächsten Tagen noch ein paar weitere dieser Minimods folgen? Ganz einfach, diese ganzen kleinen Bausteine, die ich dir in den nächsten Tagen vorstelle, fügen sich zu einer größeren Mod zusammen oder ergänzen eine große Mod, die ich dir dann bald vorstellen möchte. Sehr gut. Und bevor ich dann die Modvorstellung über die große, komplexe Mod mache und dann auch noch über diese ganzen kleinen Mods etwas zu erzählen habe, stelle ich dir euch lieber jetzt einmal vorab vor, vorab vor, kann man so sagen, um euch ein bisschen neugierig zu machen und um das Video dann etwas zu entschlanken über die große Mod, wenn das dann erstmal fertig ist. Natürlich hält euch nichts auf, eure Neugier zu befriedigen und einfach nachzuschauen, zu welcher Mod diese kleinen Mods denn gehören. Ich würde euch empfehlen, spoilert euch nicht. Und wenn ihr euch selber spoilert, seid so fair und schreibt es bitte nicht in die Kommentare, um die Überraschung für die anderen nicht kaputt zu machen. Denn ich verspreche euch, die Mod, die ich euch dann grob vorstelle, die große Mod, das wird eine ziemliche Gaudi. Aber was soll ich noch lange rum lamentieren hier? Dann gucken wir doch mal, welche kleine Mod der Seno heute für uns berat hat. Und es ist die sogenannte Grappling Gun Mod. Was macht diese Mod? Ganz einfach, wir öffnen unser Crafting Menü, klicken dann einmal auf unsere Waffen und finden hier diese weiße Grappling Gun, die ihr jetzt wahrscheinlich nicht so hundertprozentig seht. Ich ziehe das hier mal ein bisschen rüber, damit meine Kamera nicht im Weg ist. Und dann haben wir hier die Grappling Gun. Dauert zehn Sekunden, sie zu craften. Kostet uns zehn Stahl, zehn Eisenräder und fünf mal die... Wie heißen die Dinger mal auf Deutsch? Ich vergesse das. Baumaterial mit geringer Dichte oder irgendwie so. Was war das, ne? Auf Englisch halt die Low Density Structures. Ihr wisst ja schon, was gemeint ist. Das Bild erkennt ihr auf jeden Fall. So, basteln wir uns einmal und natürlich landet die dann unten direkt in unserem Waffeninventar. Die passende Munition finden wir bei der Munition, wo auch sonst, nennt sich Grappling Gun Ammo. Dauert eine Sekunde zu bauen, kostet uns einmal Stahl und einmal Raketentreibstoff. Ihr könnt also schon sehen, diese Waffe ist nicht unbedingt früh im Spiel erhältlich. Jetzt auch nicht so mega spät. Also in der Megabase habt ihr es dann auf jeden Fall im Late Game. Aber halt im Early Game könnt ihr damit noch nichts anfangen. Wir craften mal 200 Schuss. Oder um genau zu sein, 200 Magazine. Denn ihr könnt sehen, jedes Magazin, das wir herstellen, verfügt über 10 Schuss. Ja, wir machen das Inventar mal wieder aus. Wählen die Waffe aus. Haben wir gemacht. Und dann laufen wir irgendwo hin und drücken einfach die Schusstaste. Und zack, habt ihr es gesehen? Ich scroll mal ein bisschen ran. Zack. Schon haben wir einen Enterhaken und können wie Zelda über die Karte uns, naja, teleportieren ist es ja nicht, aber uns über die Karte hangeln. Ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger in Cliffhanger. Oder war es Sylvester Stallone? Oh, ich glaube es war Sylvester Stallone, oder? Oh, ich will nichts Falsches erzählen. Ihr werdet es besser wissen als ich. So, auf jeden Fall seht ihr schon, wir können über diverse Hindernisse rüberglitschen hier. Also Bäume stellen kein Problem da. Das Wasser stellt kein Problem da. Das funktioniert alles richtig gut und wunderbar. Und dieser Enterhaken prallt auch nicht an Gebäuden oder so ab. Also wenn hier ein Stein im Weg ist und wir schießen über den Stein, zack, springen wir über den Stein rüber. Ja, also wir zielen nicht auf ein Gebäude, um uns zum Gebäude zu teleportieren, sondern wir benutzen den Haken, um über Hindernisse hinweg zu kommen. Also stellt euch vor, ihr habt hier eine Ofenreihe, um das nochmal zu verdeutlichen. Zack, und es geht rüber, nicht dagegen. Ganz wichtiger Unterschied. Und das Ganze funktioniert perfekt, um hier durch so dicht bewaldeten Wald, dicht bewaldeten Wald ist auch wieder selten Intelligenz, genau, durchzukommen. Und selbst über Klippen funktioniert das Ganze. Ihr könnt also sehen, die Möglichkeiten sind ziemlich unbegrenzt. Ui, hier unten habe ich schon mal was gebaut, da liegen noch ein paar Trümmer. Naja, egal. Jedenfalls war es das im Grunde schon, was es über diese Mod zu sagen gibt. Leider gibt es keine Mod-Einstellungen, die wir hier vornehmen können. Wir können weder die Kosten, noch die Reichweite, noch die Verfügbarkeit oder sonst irgendwas verändern. Wir müssen so nehmen, wie es ist oder uns selbst auf den Weg machen und die Mod ein bisschen umschreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass für jeden, der ein bisschen Ahnung vom Moden hat, es kein Problem ist, das Rezept früher im Spiel verfügbar zu machen oder die Reichweite zu erhöhen, wenn das nach eurem Sinn ist. Denn ich finde, diese Waffe ist tatsächlich sehr praktisch und es ist ein bisschen ärgerlich, dass sie erst so spät im Spiel verfügbar ist. Also ich könnte mir vorstellen, das Ding auch schon ein bisschen früher zu haben. Vielleicht so mit Combat 1, wo man die Shotgun und das Maschinengewehr bekommt. Oder vielleicht mit Logistik 2, weil eigentlich geht es ja eher in die Logistikkategorie als in die Waffenkategorie, finde ich. Müsste man gucken. Es hat einen Grund, dass man diese Waffe erst so spät hat, wenn man sie mit der anderen Mod, auf die ich da noch zu sprechen komme, kombiniert. Aber für so ein normales Vanillaspiel, wenn man nur so die Grappling Gun haben möchte, ohne dass man da jetzt irgendwie eine Voraussetzung für eine andere Mod schaffen möchte, würde ich es sinnvoll finden, wenn sie früher im Spiel verfügbar ist. Aber wie gesagt, jeder, der sich ein bisschen mit dem Modden auskennt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, kann mal fragen, ob man da nicht ein bisschen was dran verändern kann. Ich theoretisch, nein, ich praktisch finde diese Mod sehr praktisch und cool und es hilft auf jeden Fall am Anfang über diese kleinen Hindernisse, die es manchmal im Spiel gibt, hinauszukommen. Und was auch besonders toll ist, ihr seht schon, wenn ich jetzt den Mauszeiger hier aufs Wasser halte und dann schieße, nimmt sich das Seil das nächste, nächstgelegenste Ziel. Also wir landen dann nicht im Wasser oder schießen gar nicht, sondern der sucht sich dann schon was aus. Da war nichts in der Nähe, aber wenn ich ein bisschen näher hier an den Rand gehe, dann sucht er sich eben das nächste Ufer und zieht uns dorthin. Besonders schön ist eben, dass wir nicht auf dem Wasser landen und sterben, sondern tatsächlich sich dann das nächste Ziel, das funktioniert, ausgewählt wird und wir dorthin gezogen werden. Wie gesagt, ich rede sehr viel, das kennt ihr von mir. Es ist alles gesagt über diese Mod, was ihr wissen müsst. Ihr habt gesehen, ich bin hier relativ viel rumgesprungen und habe immer noch 196 Magazine. Das liegt eben daran, das dürft ihr nicht vergessen, dass ein Magazin zehn Schuss enthält. Wir können also uns zehnmal hin und her ziehen, bevor hier die Zahl einmal runter geht. Was noch auffällig ist, ist, dass wir direkt nach dem, das seht ihr hier auch, direkt nach dem Ankommen sind wir kurz ein bisschen verlangsamt. Ähm, aber es geht eigentlich. Also ich glaube, das haben sie gemacht, der Mod-Macher, damit es nicht so OP ist, wenn man vor Aliens wegläuft. Allerdings kriegt man so immer noch einen schönen Geschwindigkeitsboost und kann auch so leichter vor den Aliens entkommen. Vor allem, wenn man irgendwie über Klippen springt. Aber genug davon, ich denke mal, wir haben die Mod verstanden. Ja, damit sind wir, wie gesagt, am Ende. Es bleibt mir nichts übrig, als mich zu bedanken und euch nochmal freundlich darauf hinzuweisen. Bitte, 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 bitte helft mir und meinem YouTube-Kanal zu wachsen. Also wenn ihr irgendwie Faktorio-Spiele habt, die mich noch nicht kennen, empfehlt mich weiter. Ihr sollt ja jetzt nicht nervige Werbung in meinem Namen machen oder so und die Leute bitte nicht nerven, das hilft keinem. Aber wenn ihr irgendwie einen Faktorio-Spieler noch in der Freundesliste habt, der meine Videos nicht kennt, dem ihr eine Mod zeigen wollt oder wie auch immer, dann empfehlt mich bitte gerne weiter. Das hilft mir und motiviert mich auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass ihr über jede Mod, die euch interessiert, ein informatives Video erhaltet. Natürlich könnt ihr auch gerne bei mir im Livestream vorbeischauen. Die Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, schreibt einen netten Kommentar. Motiviert mich bitte weiterzumachen, denn momentan habe ich so ein bisschen kreatives Schaffenstief. Aber da könnt ihr mir, wenn ihr wollt, raushelfen. Also, ich bedanke mich, ich bin der Seno, viel Spaß beim Basteln. Wir sehen uns im nächsten Video. Besonderen Dank an den legendären Cyberbone. Bis zum nächsten Mal.